Hatte ich das nicht. Ich hab einfach irgendeinen Scheiß eingegeben. Shinachu! Was hast du denn googelt? Irgendeinen Astro und einen Scheiß eingegeben. Ach, sag doch, dass es schon losgeht, Alter. Geht los? Ja, kommt ja früh. Geht los, Crestello. Crestello. Klar, klar, kann klar. Shinachu ist cooler. Good luck und high five. Shinachu. Oh, oh lol. Oh ja. Der Torik ist auf K. Der was? Weißt du, wie er, wie er stehlen muss? Ja, wie ihm bin ich, Mann. Es hisst das, ja. Edit alle Talat, die n-loll an Darkens Show. Chalalian. Chalalian. Der sucht Freunde. Hey, nur mal so festgestellt. Oh, komm schon, ey, du. Du kackamumu. Oh, oh, oh. Oh nein, ich dachte, der ist echt, der hat getroffen. Oh ja, der, der flogen ist hoch. Boah, die sind passive von ihm, ey. Boah, die sind passive von ihm, ey. Boah, die sind passive von ihm, ey. Oh ja, das ist scheiß special. Holy shit, warum hab ich kein Mana mehr? Ich hab kein Mana mehr. So schnell sind 900 Mana alle. China-Typ. Oh ja. Das ist ein Scherz, oder? Ich kann nicht sterben. Das war kein Lack, das war alles Skill. Nein. Skill. Du und Skill, das kann man nicht in einem Satz verwenden. Doch, nicht. Er hat kein Skill. Na ja, gut, okay. Das ist die einzige Ausnahme. Er hat alles außer Skill. Was will denn der Volibier von mir, Alter? Was ist falsch mit dem? Seine passive ist weg, deswegen ist er traurig. Oh. Der kleine Pedobin. Oh. Hm. Ist ja doof. Ist ja doof gelaufen. Jeden Pedobin traurig. Tanadin möchte geedit werden. Kann sich schon mal zu meiner Killliste hinzufügen. Pfuh, Leute, Leute, ich brauch irgendwie was. Irgendwie ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Wer bist du? Krass, hallo, wer sonst? Gib mir mal ein Schild oder so. Ja, genau. Ja, dann ist er noch am KS'n wieder mal. Vor allem weil ich, äh, Jenner oder was? Ja, Alter, der drei... KS hat Triple Kill, man, ich hasse sowas. Ah, verpiss dich, du kackt Lache. Oh ja, wer wird gekillt? Oh. Ich hab echt nur los, mich killen zu lassen. Obwohl, ich hab noch zu wenig... Halt mal kurz ein bisschen Gold ab. Ich hab noch zu wenig Gold. Komm, schmeiß deinen Käfig, schmeiß deinen Käfig. Schön hinterforschen abzulaufen, damit es nicht getroffen wird. Oh, er will mich, er will mich. Ich seh es. Oh, Xinn, Alter, was willst du von... Oh mein Gott, oh mein Gott, ja, ich bin tot. Ach, Quatsch. Nein, ich überlebe, ich überleben. Quatsch. Dieser Noob-Team, oder? Nein. Echt, ne? Sag dir der... Noob... Äh, was du spielst? Ach, der Fjord. Hast du schon, was er spielt? Ah, ich bin so gut. Ja, bei dir ist es ja scheißegal, was du spielst. So kannst du eh nix. Ich hoffe, du meinst nicht mich. Was? Ne, ne, ich mein, ich mein hier unsere Fjord. Oh mein Gott, ihr sagt Sinn. Ich mein unsere Fjord. Mach den X-Zip, mach den X-Zip, er hat nochmal alle. Warum? Lol, warum hab ich keine X-Zip bekommen? Da bist du hier. Da hast du wieder ne, 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 ne. Wieder eine erste Doppeltöte. Oh fuck. Ich bin tot. Ich bin so tot. Dabei hab ich mal extra meine Ulti angemacht und Frozen auch. So was nubisch ist, hab ich ja noch nie gesehen. Das erste Mal, dass ich Rites als zweites Item, äh, Vota kaufe. Kaufen werde. Ist doch voll nice mit Jonas. Eben. Ich hab sonst immer nur auf Training gespielt und irgendwann... Äh, Hex... Hex... Ja! Hex-Tisch-Revolver hab ich mal voll am Ende gekauft. So musst du Freude. Hahaha, der Chat. Zu gut. Was ist das? Da stehst du, du Freund. Ja, Alter. Ja, ist so. Ja, ne? Shinatsu, bleib mal stehen, bitte. Alter, ich bekomm... Drei... Ich hab grad 80 live oder so bekommen. Oh, ich seh nix mehr. Shinatsu can't die. Aja, hey! Ja, als KS Moor, bitte. Rise, can't, can't steal. Haha, du hast zwar ein Glück. Glück, sagt er. Glück, sagt er. Häääh... Mich nachlammern tut er. Mich nachlammern tut er. Hm... Ne. Nee, gar nix. Wie-irgendwie ja nix. LOL! Also ich würde sagen, da war echt ein... Na, was war das, Alter? Ich habe mich rausgefascht und bleib wieder drin. Oh, fuck. Ja, du bist tot. Oh, war richtig, ey. Oh, ein toter Raismar. Ja, ist halt so, wenn... Oh, ist das ein AP-Team, oder was? Oh ja, oh ja. Ja, solotop in Ranked spiele ich eigentlich nur AD. Nee, wir interessieren Fünfer-Maps, ey. Ja, dich nicht, das ist es, ja. Das ist auch eine Fünfer-Map, ja, nicht Fünf gegen Fünf. Weißt du, aber gestern sagt er selber... Natürlich ist das Fünf gegen Fünf. Aber gestern sagt er selber, es ist keine Fünfer-Map, weißt du? Du bist so ein Bob, ey. Oh, direkt daneben geendet. Nix im. Alter, der Film ja noch gar nicht da. Auf den Film. Alter, aber war ich noch nicht mal da. Oh ja, oh ja, schön da, Momo. Nioh! 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 Alter, jetzt fängt das Übelst noch zu regnen hier, oder? Also bei mir nicht im Aram. Hohoho! Nioh! Witzig! Findest du auch? Ja. Ich fand das echt, war echt ein Bruder. Mhm. Hörst du ja. Lachen ja alle. Nioh! Ja, wir haben alle vor Lachen gemutet, lol. Ja, wir haben alle vor Lachen gemutet, deshalb rede ich auch. Na, wir hatten... Fünf gegen Fünf. Wieder nur so ein Stil, ja. Logo! Das ist mein Schild. Ja, aber dann raus kannst du auch nicht. Ja, schmeiß deinen... deinen Kuh voll ins Schild rein. Na klar, damit der Skiff weiter sitzt. Weißt du, save ihn noch, ey. Was für save ihn? Ja, ich kann Full-Tie nicht machen, ist klar. Ja, ja. Alter, wie viel killst du das jetzt? Sieben. Sieben killst KS. Haha, ja! Genau! Vor allem das geile Wort KS. KS. Oh, der macht ne Ulti, wa? Ich würd sagen, viel Spaß beim Sterben, Alter. Der Damage. E-Rally match CC. E-Rally. E-Rally! 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 Frozen wollten mir ja nicht Leona geben. Es... Let's go, let's go! Oh, verdammt. Bloi! Wie konnte man bitte den... Alter, was wollen die von mir? Sind die do? Oh, ja. Alter, dieser Dreckssinn. Shut down. Ein für ein Krieg hat sich... Ein Krieg hat sich getötet. Ich kaufe jetzt erstmal schon Rüstung und... Ich hab den Live-Kanalen geschahen. Ein Krieg hat sich getötet. Ein Krieg hat sich getötet. Ein Krieg hat sich getötet. Oh ja, oh ja. Die Leona ist tot. Ein Krieg hat sich getötet. Let's go, let's go! Wie schnell ist das dein Ernst? Was denn? Warum hast du dir die Gehlteile geholt? Du, du, du... Ich geh eher rein als du. Eben, echt? Ich sterb aber mehr schneller als du. Hast du Pech da? Versteck dich hinter den Pilzen. Versteck dich hinter den Pilzen, sagt er. Versteck dich hinter den Pilzen, sagt er. Ja, das sag ich. Pfff. Ich bin schon von Morgana OP. Mama, fertig, abwischen. Willst du kommen? Ja, das sagt auch gehen. LOL, der Dexin hat mich gesaved. Von Morganas Coup. Nein. Oh ja, wir verlieren das noch. Oh ja, komm her. Komm her, du Kleiner. Wow, ich hab ein Kill. Das killst du. Die Killstil, sagt er. Na, Logo, was denkst du denn? Boah, Ryze mit Spellwab OP. Äh, Ryze ist auch ohne Spellwab OP. Na, aber da... Damit hat er Empfindetie Life und so. Na gut, wir haben AP Timo. Schön, dass du das jetzt bemerkst. Ich dachte eigentlich, dass ich AD spiele, aber... So schnell kann man sich irren, nicht wahr? Hoppla. Alter. Wie ich wegen jedem Scheiß, den ich sag, geflamed werde. Du hast das halt nicht alles verdient. Oh ja. Schade. Wolltest du, dass ich in den Cage kauen werde, oder was? Ja. Ja. Nein, ich bin kein Fokus, das sieht nur so aus. Echt? Ich dachte jetzt echt, du wärst der Fokus gewesen. Ja, weißt du? Wie sie killgeil war, wie sie killgeil war. Shinatsu, du Sau. Der ist tot. Killing Spree. Hatschop. Du hoch. Timo und Ryze regeln halt hart. Ah, dieser Stunner. Alter, wie oft hat er den... Alter, wie oft hat er den? Ja, oder? Das ist ein cooldown. Der skillt den durch. Das ist ein cooler, Tarek. Jedenfalls hat er... Ja, gut. Ja, der... Er will ja... Der Athene will einen kaufen. LOL! Der läuft rein! Geiler, Tarek, Alter! Ich darf mir nur den Stun lassen von dem scheiß Tarek. Na, dann bist du tot. Dann bin ich aber richtig am Arsch, er. Oh ja. Boah, Ryze OP, Mann. Boah, Ryze OP, Mann. Ich weiß nicht, wo die Gegner sind. Ich kling einfach irgendwann mit meinen Spex. Das ist für mich ein Highlight. Verrückt. Nicht aufzuhalten. Oh ja. Wer tankt die Tower? Ich. Du. Verdammte. Komm raus! Ach, hast du deinen Dings doch schon so früh genutzt, ne? Oh. Oh mein Gott. AHAHAHA AHAHAHA Alter was geht mit dem ab? Das ist echt nur wie los geht Ignore Also ich hab Promote Wie er einfach nur Lebensdeckt und dass er über den Schaden bekommt Der Der Voli Ja 5-8 Voli Oh fuck Oh fuck Danke Der hat mich gesaved Oh shit Oh shit Jetzt mach dir die Ulti Vorsicht Jetzt bin ich tot Oder auch nicht Ach quatsch bist du dann lange nicht tot Doch Jetzt bist du tot Und komm Panther An enemy has been slain Uuuuuh Looo Der stirbt hab ich gehört Ne Doch 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 Ne 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 Das gibt es zu Das hat man auch überhaupt nicht gehört Das ist Zerpiss dich du Alter Ich kauf mir erstmal schön ein Frozen Heart What Frotzen Heart? Ja Ich kauf Frozens Heart Äh Frozens Herz Ah Dann ist es ein Frozen Heart Ja Ich hab gerade gesagt es hört wieder lustig Nicht nur heute Auch immer dann wenn ich die Pindle spiele Aus irgendeinem Grund haben Hehehe 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 Haben die so Tower mit schon mal angegriffen? Ja haben sie Dann haben die das gemacht Wahrscheinlich im Teamfight Hehehe Wahrscheinlich Oh der Special von Morgan ist ja gut Der ist bis jetzt auf eins Soviel wie der abhält Najo Ich max aber Special von Morgan auch zu Okay in Ara würde ich es als zweites maxen Na ja erstes Q Und dann in Special Ja eben aber Aber in normaler Laning Phase Also 5 gegen 5 würde ich weh machen Ohhhhhhhhhh Du mit deinem scheiß 5 gegen 5 ey Mit deinem normal 5 Ne ist doch voll normal Leuuuup Du hast das Spiel Alter Poppy nur um KS'n Tja weißt du wie sie alle auf meinen Kill gaffen ey Ihr seid solche Arschlöcher Ja Ich hab nicht mal einen Assist bekommen also Sack Ja ich meine Fass Can't die Ah ich auch nicht Und gleich kommt zu Ende der Flasht und macht Ulti Hat sie Flasht? Oh fahrt der hat Flasht Der hat Flasht Lol der hat wirklich Flasht Hahahaha Eben Nice Ohhhh Avoid like a boss Ja genau Sieht einfach nur gelackt deswegen hast du ausweichen können Hm Wie war das du bekommst das Zielteil? Ich hab einen Eifer Lol Was? Die Shinatsu warum holst du mir mit Poppy einen zweiten Eifer? Und tschüss Ich hol mir einen zweiten Phantom Dancer oder einen ersten Ist ein Charm oder? Ne mach ich immer Das ist meiner Ich stell deine Eile aufs Nur mal ein Charm ist ja klar Ist ja klar Ist ja klar So Frozen Heart Voter fertig Was mach man noch? So viel Beschluss auf das Item wieder Das Item sagt Mega viel Hextech Sweeper Was eigentlich eigentlich gar keine Sau kauft Was kaufst du dir? Hextech Sweeper Oh mein Gott ich bin so tot Hm Mach so viel Sinn wenn die nichts mit Tannung haben und so Ist ja egal ich kann sie weiterhin sehen Du weißt nicht wie die Lucky sie entkommen sind Ich kauf mir dieses Item trotzdem Gehasst Ja ne? Na später gleich doch wann Ne auch find ich auch ganz toll dann Worunter findet man ein Tier marg Attack ähm eh damage? Attack-damage Regnoration glaub auch Was weiß ich Boah der Damage an der Like-a-bots Like-a-bots Lülülü Also müssen das? Bei mir Immer, immer bei Ihnen Ich denke doch mal an Naja Ja Da ging genug andere ran Wie er ihn unbedingt stealen muss Wie er ihn unbedingt stealen muss Ja, ok lass das Ding mal, damit die Feinde kommen Schiena zu du Penner ja du hast es echt drauf 2 Tauern und ein Hewittor da quatsch du? ja ja wollte grad sagen 2 Tauern da steht nur noch ein Tor ja den und den anderen noch der Quatsch da in der Gülle der Typ und der Tauert so lange überlebt der Tauert lebt noch es lebt oh oh nicht unsichtbar geworden nicht wirklich ja komm doch da rein ja ist klar ist das klar ist das so oh danke doch Leute ich mag den XIN ich mag den XIN echt ich mag den XIN nicht ich hab dir gesagt ich mag den XIN echt 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 hast du echt gesagt? echt echt? echt ja oh damn oh hat er gefehlt oh echt schadet echt schadet Alter ich brauche ich brauche Ziele zum 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 Spellwenden Spellwenden Hammergeil 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 ohja 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 ein Tower der ist so stark der kann so viel abhalten der kann so viel abhalten Deathfire Grasp Piss dich jetzt HELP MIHER SCHWEINE was? ne ihr seid solche Wichser gegen dich auch gegen dich auch also ich weiß nicht was du hast sag ich mal so ich hoffe du stirbst sag ich mal so also ich bin super Timo ich kann nicht stimmen das hat die Leona auch nur der Bob Timo wieder nicht ach der Leona hat doch schon ein bisschen gezept da ja und echt so echt so echt so echt so echt echt von beiden natürlich in Force of Nature er kann ja sein der bereitet die dritte vor richtig Ziel Nummer 1 Ziel Nummer 2 oh mein Gott Ziel Nummer 3 Ziel Nummer 4 Dankeschön ich hab nicht einen kill bekommen oh man ey wer ist schneller Leona oh ja weißt du wie sie alle Minions wegnehmen ich renne weg ihr kriegt keinen Voter von mir tschüss hier Timo tank mal komm Leona wo ist der Tank sie hat kein bisschen Leben wer Leona Frozen Leona Frozen ist sie oh yeah oh ja S oh ja danke Xenade du bist so nett ernsthaft das ist wirklich oh mein Gott ich sollte na komm alter helf doch weiter an tschüss ich hoffe du stirbst du stirbst oh mein Gott oh die Bär das war ein Glück ey Glück sagt er ich bin jetzt eh gleich tot am Tor hoffentlich wir reinjumpen blinde ihn hast du blindfall okay du bist tot tschüss was machst du ey was soll ich tun ey was soll ich tun ich wollte schon sagen wir den Pilze machen aber gar nicht viel schade dabei war das der Trauer ey wir verlieren das noch mal ich äh kiesel euch außen rum und töte einfach den next person ich würde so hart lachen wir verlieren würden aber tun wir leider nicht so ja ja es ist die Nummer 2 ich war ja jetzt jetzt kommt es die Nummer 2 von dir ne es ist die Nummer 3 nein nein ja wir können eigentlich durchrennen Alter warum bin ich nicht ich mach jetzt extra meine Noti hab ich mich nicht mehr nicht mehr nein 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 ihr seid solche Schweine irgendwie nicht hab ich nicht mehr das gekriegt ach komm warum hab ich grad eigentlich über die Noti aktiviert hab ich nicht mehr bekommen ja Bob wartet mit dem Nexus nein go nein go ihr Mixer in himito spawnen in himito spawnen in himito spawnen ah du hast doch Glück oh geschafft ich lass euch jetzt alle verrecken lassen Alter du bist doch Arschloch Dark ohja 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 Lass sie pushen und ich Backdoor lass sie einfach pushen ok achso ok ja du bist der Timo ne ich bleib bei dir stehen haha das wär so übermies nein ich oh die Deffen die Wichsen Könnt ihr mir nen Tower machen ich brauch ein bisschen Gold es ist kein Tower mehr da Maul macht mal nen Tower danke jetzt Maul jetzt kennt sie aah ha 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 kann ja nicht sein dass du alleine auf dem Endbildschirm bist das war ja im Stattier ei großgeschrieben du Bob kannst dich wieder sichtbar machen Christello ja bei ihm nicht ne er bleibt jetzt ewig so er geht jetzt auf KS ohja 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 noch schöne Magie das so es ist so ein bisschen es ist ja dann sichtbar so einsetzbar kreis das ist ja noch jemand alter wer sieht hier mal meine Kiehl ist mein Penta das Bärbär hat nicht gereicht Alter du bist so tot du bist so tot du bist hinter der Geschuss und die Fiora-Killse alles so mies oh oh es stimmt mach dein Kuh am oben oh das, das, das Freeport, warte mal mit dem Dings also mach schon mal den Inhibitor ich komm dann gleich und dann und dann können wir beenden ja genau wenn hier jemand auf dem Endbild ist dann ich oh scheiße ich muss den Inhibitor machen mach den Indi schnell oh der Tariq ist ja mit dem Morgana auch so gut dann stell ich mich gleich wieder in die Mitte hier irgendwo und dann laufen die alle an mir vorbei und dann geht das los so dich lass dich jetzt gut sterben jetzt stell ich mich ungefähr ne alter fick dich ich stehe mit dir hin so jetzt bin ich unsichtbar jetzt sollen sie pushen und dann geh ich ihm weg ja als AP Timo geht das so schnell Timo soll ich schreiben Timo soll ich schreiben äh für sie wissen ja nicht wo oh kann man auch ganz leicht erklären vor allem dann die deutsch sind das passt ganz gut die sind nicht deutsch oh doch sind die deutsch nein die sind nicht nein das ist nicht also mit und so ein Fixer Leitungen 1.100 Damage mit zwei Skills OP da Tariqs geht Xim da was Alter was die soll weg von mir aber Leute sie sich nicht gesehen haben Go mach's zu Ende du bist eh nicht zu ganz eh nicht zu schnell genug natürlich guck's dir an nein lass dich noch von den Minutes angreifen oh ja 300 Schaden oder ja 300 Schaden oh ja jetzt ist zu kurz aaaaaah aah das ist doch fies das ist fies so low das habe ich schon so oft gebracht